Willkommen bei sound.de und heute habe ich euch mitgebracht eine Rückfahrkammer in einem Kennzeichenhalter, ein Lenkradinterface bzw. ein Canbusinterface von ACV und ein Autoradio und wie das alles zusammen angeschlossen wird und was dabei die häufigsten Fragen von euch sind, das klären wir jetzt. Also viel Spaß. Schauen wir uns doch mal die ganzen Kabel an, die es zu verdrahten gilt, wenn ihr eine Rückfahrkamera, wie jetzt in dem Fall hier von ACV, eine Kennzeichenkamera verbauen wollt. Natürlich gilt das in der Form auch für eine Canwood-Kamera, eine Pioneer-Rückfahrkamera, also egal welche ihr da anschließen wollt, genau so oder vergleichbar wird es auf jeden Fall gemacht. Also das Grundprinzip ist immer identisch. Das heißt, wenn wir uns mal die Kabel hier anschauen, haben wir einmal eine, in dem Fall müssten das knapp 6 Meter sein, Kabel, um von hinten, vom Heck, vom Fahrzeug, nach vorne an das Autoradio zu kommen. Da es beinhaltet einmal die Signalleitung und die Stromleitung. Integriert ist jetzt in dem Fall auch schon die passende Sicherung für die Kamera. Und wir haben hier unser Lenkradinterface, in dem Fall ist das jetzt hier für einen Mercedes und da haben wir verschiedene Abgriffe, die wir nutzen können oder auch sollten, um die Kamera anzuschließen. Weil die Herausforderung ist natürlich, dass die Kamera nur dann einschalten soll, wenn ihr auch den Rückwärtsgang drin habt. Die allermeisten Rückfahrkameras sind nicht 24-7 geeignet, also für den Dauerbetrieb nicht geeignet. Die würden nach kürzester Zeit kaputt gehen, also wirklich nur dann einschalten, wenn auch der Rückwärtsgang drin ist. Dafür haben wir bei den CAN-Bus-Interfacen hier auch ein entsprechendes Kabel. Das ist in dem Fall jetzt hier lila. Das ist eigentlich immer lila. Zumindest bei den CAN-Bus-Interfacen, die wir verkaufen, immer die lila in der Leitung. Steht hier auch schon drauf, Reverse Gear, also Rückwärtsgang. An dieses Kabel kommt dann einfach die 12-Volt-Leitung von der Kamera und dann schaltet die Kamera über das Interface ein. Zusätzlich muss natürlich auch dieses Kabel an das Autoradio angeschlossen werden, weil das soll ja auch das Rückfahrbild anzeigen, sobald ihr den Rückwärtsgang eingelegt habt. Und das kriegt das Autoradio auch über diese Signalleitung mit. Das heißt, ihr habt an jedem Radio, bei Kenwood, bei Sony, bei Pioneer, egal welches Radio ihr mit einem Bildschirm habt, ein entsprechendes Rückwärtsgang-Eingangs-Remote-Kabel oder Remote-Signal und dann wird die Video-Eingangs-Funktion umgeschaltet und ihr wechselt dann vom Radio oder von CarPlay oder was auch immer ihr da in dem Fall gerade benutzt, auf die Rückfahrkamera. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das verkabelt wird. Wir haben jetzt hier natürlich kein Fahrzeug zur Verfügung, wo ich mal den Rückwärtsgang einlegen könnte. Deswegen machen wir das hier mit einer externen 12-Volt-Quelle. So, wir haben das Ganze jetzt vorverkabelt und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ihr hier an dieses lilanen Kabel, wie gesagt, die Stromzufuhr bzw. die Stromverbindung von der Kamera verbunden habt. Das Ganze auch mit dem Rückwärtsgang-Signaleingang bzw. Remote-Eingang am Radio verbunden habt. Und sobald ihr dann den Rückwärtsgang einlegt, schaltet die Kamera ein. Das simulieren wir jetzt mal hier mit dem Netzteil. Dann zeige ich euch mal, wie schnell die Kamera ein- und ausschaltet. Und ihr seht, das geht, jetzt wackeln wir mal ein bisschen hin und her. Ihr seht, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und die meisten Kameras könnt ihr im Winkel nochmal verändern. Das heißt, wir haben hier zwei Schrauben. Sieht man hier? Wenn ihr die leicht löst, könnt ihr hier den Winkel der Kamera verändern. Dazu habt ihr hier noch die Infrarot-Sensoren bzw. Infrarot-Augen, die dann dafür sorgen, dass ihr bei Dunkelheit auch wirklich ein sehr, sehr gutes Bild habt. Zumindest so gut, dass ihr auf jeden Fall beim Einparken ja keine großen Probleme habt und auch das seht, was bei euch hinterm Fahrzeug los ist. Der Vorteil von dieser Kennzeichenhalterung ist aus meiner Sicht ganz klar, ihr braucht euch um die Befestigung der Kamera an sich keine Sorgen machen, weil sie ja in dem Kennzeichenhalter integriert ist. Natürlich müsst ihr ein kleines Loch bohren, um das Kabel nach innen zu führen. Da ist man aber hingegangen und hat das so klein wie möglich gemacht. Das heißt, wenn wir diese Verbindung hier lösen, das machen wir jetzt gerade mal, dann muss das Loch so groß sein, damit dieses Kabel hier durchpasst. Danach wird das hier wieder zusammengesteckt und es kann weitergehen. Darüber hätte ich es eigentlich auch zeigen können. Da hätte ich mit dem Kabel nicht so rummachen müssen. Also, Kabel ab, Kabel dran, geht hier wirklich einfach. Wenn ihr kein Canbus-Interface habt bzw. kein... Da steck's mal wieder zusammen gerade. Wenn ihr kein Lenkrad-Interface habt, dann habt ihr ja kein Rückwärtsgang-Signal aus eurem Fahrzeug bzw. von diesem Interface. Was macht man dann? Man geht an die Rückleuchte von eurem Fahrzeug. Die ist ja auch nur an, wenn ihr den Rückwärtsgang eingelegt habt. Dafür ist hier übrigens auch ein entsprechendes Kabel mit dran, was kürzer ist und was ihr nicht komplett durchs Fahrzeug verlegen müsst. Zumindest was die Stromversorgung angeht, weil das Videosignal, das muss natürlich nach vorne, ist ein ganz normaler Videostecker. Den zeige ich euch auch gerade nochmal. Der schaut so aus, den kennt glaube ich jeder von euch. Das kommt hinten ans Radio dran, passt wunderbar. Es gibt PAL und NTS-C Kameras. Das ist einmal das europäische Videoformat und das amerikanische Videoformat. Die allermeisten Autoradios können beides verarbeiten. Schaut da aber mal auf jeden Fall in die Kompatibilitätsliste von eurem Autoradio und welches Videoformat eure Kamera zur Verfügung stellt. Nicht, dass es da Kompatibilitätsprobleme gibt. Und dazu kommt noch, dass ihr an den meisten Autoradios noch ein Kameramenü habt, sodass zum Beispiel Parklinien angezeigt werden. Die könnt ihr dann auch nochmal in der Position verstellen. Also da gibt es auch noch ein paar Abhängigkeiten. Aber grundsätzlich, damit die Kamera funktioniert, am einfachsten über das Lenkradinterface an die Lieder der Leitung oder an euren Rückwärtsgang bzw. an eure Rückleuchte drangehen, dann geht auf jeden Fall auch der Rückwärtsgang bzw. die Kamera. Wenn ihr Fragen dazu habt, hier in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail an support-at-sound.de, da helfen wir euch gerne weiter. Gerne auch ein Angebot für die Kamera, für weiteres Zubehör. Da haben wir ein sehr gut sortiertes Sortiment. Und bis dahin allzeit gute Fahrt und tschau tschau.